Ich möchte dem Fraunhofer Iwes ganz herzlich zum 10. Geburtstag gratulieren. Mit den Forschungsergebnissen sind wichtige Erkenntnisse für Umweltschutz, aber auch für die Energiewende erreicht worden. Und dank der großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine einzigartige Windanlagenprüfinfrastruktur entstanden, Zugänge für Unternehmen, aber auch Test- und Experimentierfelder für Studierende. Und das Iwes schafft es, technische Lösungen zu entwickeln für CO2-neutrale Strom- und Wärmeversorgung. Und das ist einfach ein ganz großartiger Beitrag für die Energiewende. Dazu beglückwünsche ich das Fraunhofer Iwes und auch im Namen des Senats wünsche ich alles Gute und toi 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 für die Zukunft und für die kommenden Jahre.